Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Einführung in PowerPoint. Diesmal mache ich es mal umgekehrt. Diesmal machen wir es mal erstmal spielerisch. Ich zeige mal, was wir heute machen wollen. Es geht um einen Parcours, Mausparcours. Das heißt, wenn ich hier diese Animation hier starte, dann darf Folgendes nicht passieren. Der Mauszeiger darf hier nicht die Objekte berühren. Wenn er das macht, dann komme ich hier entsprechend auf diese Folie. Mit dieser Startfläche komme ich wieder zurück. Und schauen wir mal, ob ich das schaffe. Ne, war wohl doch zu schnell eingestellt. So, und dann kommt man zur letzten Folie. So, wie funktioniert das jetzt? Man sieht hier schon, hier ist eine Folie mit Objekten. Diesen Parcours kann man natürlich beliebig aufbauen, aber diese Objekte, die sich hier bewegen oder rotieren, die zeige ich hier im Besonderen, weil man hier einige Einstellungen vornehmen muss. Und dann hat man halt noch eine Folie mit verloren, zurück zum Start und du hast gewonnen. Also die letzte Folie. So, wie baut man sowas auf? Ich sage mal hier Datei neu. Einfach mal eine leere Folie. Wir wollen überhaupt keinen Inhalt haben. Einfügen. Das Ganze bauen wir auf Ausformen auf. Da habe ich erst einmal so einen langen Schlauch gemacht. Hier schön zu sehen, PowerPoint zeigt dann auch gleich an, ob die zwei Objekte gleich lang sind. So, dann brauche ich noch zwei Objekte. Ich hatte da eins, was da so hin und her fliegt. Das war auch nur ein Rechteck. Ich mache mal nur eins in einer anderen Farbe. Und dann hatte ich noch einen Stern. Also Stern war hier unten. Und hier mit dem gelben Punkt kann man hier praktisch noch die Räume ein bisschen weiter oder enger machen. Je nachdem, wie schwer man das halt haben möchte. So, dann habe ich noch eine Fläche. Da sage ich dann Ziel. Schreibe ich auch rein. Machen wir es mal. Machen wir es grün. Dann das machen wir orange und sterngelb. So, jetzt müssen wir das Ganze entsprechend animieren. Warte, sehe ich gerade. Gut, also das ist meine erste Folie. Auf der zweiten Folie, da schreiben wir noch mal hin. Du hast verloren. Und dann brauchen wir noch ein Objekt, wo es zurück zur ersten Folie geht. So, und dann haben wir noch eine Folie. Du hast gewonnen. Ziehen wir nach unten. Okay. Also, eine Folie. Was passiert, wenn man hier irgendwo was berührt? Eine Folie. Was passiert, wenn man hier entsprechend die grüne Fläche erreicht hat? So, jetzt aber zur Animation. Also, als erstes ist es wichtig, dass ich das Objekt erst einmal anklicke. Dann sage ich Animation. Und jetzt muss ich schauen, wie kriege ich das Objekt dazu, hin und her zu fliegen. Ich habe jetzt hier mal eine Linie. Allerdings, wenn ich das Ganze starte, dann fliegt es ja nur darunter. Und ich möchte ja, dass die ganze Zeit das Objekt hin und her fliegt. Also, sage ich hier Effektoptionen. Anzeige Dauer. Anzeige Dauer. Effektoptionen. Wichtig ist, automatisch umkehren, dass es wieder auch zurückfliegt. Und die Anzeige Dauer, kann man sagen, beim Klicken mit vorherigen. Also, das können wir so lassen. Und dann hier wiederholen bis zum Ende der Folie. So, was passiert allerdings, wenn ich das Objekt berühre? Hier passiert noch gar nichts. Hier muss ich nochmal hergehen, auf das Objekt klicken. Und dann brauche ich hier eine Aktion. Aktion. Und dann sage ich hier Maus ruhen lassen. Also, nicht Maus klicken, sondern Maus ruhen lassen. Wenn jetzt die Maus also auf das Objekt kommt, ohne dass sie anklickt, sagen wir einfach Hyperlink zur nächsten Folie. So, jetzt schauen wir es uns mal an. F5. Klick. Dann fliegt es hin und her. Und wenn ich mit meiner Maus in die Nähe komme, dann komme ich zur nächsten Folie. Dann können wir das hier auch gleich machen. Hyperlink. Zur Folie 1. Und ich kann aber auch hier sagen, entweder Maus klicken, Hyperlink zur Folie 1. Oder indem man nur mit der Maus drüber wischt, dann komme ich auch wieder auf die erste Folie. Also, das würde dann praktisch so aussehen. Hier drauf kommen, hier drauf klicken, dann kommt man hier wieder her. So, das war einmal dieses Objekt, was hier rauf und runter läuft. Jetzt wollen wir den Stern auch noch als Hindernis hier einstellen. Hier brauchen wir wieder die Animation. Hier brauchen wir einen Effekt, der nennt sich dann Rotieren. Allerdings, der rotiert da einmal durch und wiederholt aber nicht. Hier müssen wir also weitere Einstellungen vornehmen. Erst markieren. So, dann Anzeige Dauer. Kann auch wieder beim Klicken sein. Wiederholen bis zum Ende der Folie. Und man kann hier auch die Geschwindigkeit einstellen. 2 Sekunden ist ziemlich schnell eigentlich. Ich mache das mal auf 3 Sekunden, etwas langsamer. Und hier kommt man dann eigentlich recht gut mit der Maus dran vorbei. Wer es schneller haben, schwieriger haben möchte, der kann es natürlich schneller einstellen. Jetzt brauchen wir hier aber auch noch die Aktion. Also, Einfügen, Aktion, Maus ruhen lassen. Was passiert, wenn man hier hinkommt? Man geht auf die nächste Folie. Okay. So, dann schauen wir es uns mal an. Okay, ich versuche hier mit der Maus durchzukommen. Geschafft. Und dann hier brauchen wir noch die Schaltfläche, also den Hyperlink vom Ziel zur Zielfolie. Also hier auch wieder drauf. Hier können wir jetzt eigentlich gleich sagen, Aktion, Maus ruhen lassen. Und hier Hyperlink nicht zur nächsten Folie, sonst hätten wir ja verloren, sondern einfach zur letzten Folie. So, und dann wäre unser Spiel fertig. Ich mache den Tunnel noch. Man kann leider übrigens nicht die Aktion auf zwei Objekte gleichzeitig übertragen. Also jedes Objekt einzeln anklicken. Aktion, was passiert, wenn die Maus da hinkommt zur nächsten Folie. Hier unten auch. Aktion, Maus ruhen lassen, nächste Folie. Okay. Jetzt wäre mein Spiel eigentlich fertig. Also testen wir es mal. Ich komme hier hin. Habe ich verloren. Ich komme zum Stern. Habe ich verloren. Ich komme hier hin. Habe ich verloren. Und ich komme aufs Ziel. Dann habe ich gewonnen. So, und, na, na, ja, jetzt ist noch vielleicht wichtig, wenn diese Folie erscheint, dass die Animation dann sofort beginnt. Das kann ich auch noch entsprechend festlegen. Also hier bei Animation, dann Animationsbereich. Hier kann ich sagen, okay, Objekt 1, 2. Kann ich sagen, mit vorherigen beginnen. Mit vorherigen beginnen. Mal schauen. Und dann startet das hier sofort, wenn diese Folie gestartet wird. Machen wir es nochmal. Okay. Und gewonnen. So, das war's. Das sind also die Grundkenntnisse, um hier so ein Parcours aufzubauen. Und man kann natürlich hier noch das Ganze verwinkelt aufbauen, über mehrere Folien hinweg. Und hier kann man sich dann ein richtig schönes Geschicklichkeitsspiel zusammenklicken. Und das Ganze läuft in PowerPoint. Okay, dann viel Spaß beim Gestalten. So, also, jetzt kommen wir den ... ... ... ... Vielen Dank.